Viele vergessen, dass dieser Berufserfahrung auch betriebswirtschaftliche Berufserfahrung gehört und nicht nur künstlerische. Also du brauchst Verhandlungserfahrung, du brauchst am Ende Preiskalkulationserfahrung. Du musst wissen, wann was geht, was nicht geht. Du musst wissen, wann dein Geschäft miese macht und nicht. Und du musst rechtzeitig im Jahr erkennen, ob du in einer absteigenden Situation bist und reagieren oder ob du in einer aufsteigenden Situation bist. Also das sind alles Dinge, die auch mit Erfahrung zu tun haben. Und das wird dann meistens so weggedrückt, weil man sagt, ich will ja nur einen Film machen, ich will nur irgendwie meinen Job machen, ich will Fotos, ich will Grafik, ich will meine Webseiten machen. So, ich will ja nur unterrichten. Von dem her ist es eigentlich in der Form schon eine Sache. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Gerade aktuell von gestern Abend, 5. Dezember 2018, Deutschlandfunk, Deutschlandradio 2018, wurde ein Beitrag erwähnt. Ich habe ihn dann auch im Internet gefunden. Und zwar das Institut für Menschenrechte hält den Schutz ausländischer Arbeitnehmer vor Ausbeutung in Deutschland für unzureichend. Kurz gesagt, in dem Jahresbericht wird erwähnt, dass neben den Flüchtlingen und den Leuten aus Nicht-EU-Staaten, das wird jetzt ein bisschen weg, aber der Kern ist interessant. Also, neben diesen Leuten erhalten auch zahlreiche Menschen aus den EU-Ländern, also sei es aus Frankreich, aus Bulgarien, Rumänien und so weiter, die sagen, die erhalten weniger Geld, als ihnen zusteht. Die Frage ist, was steht ihnen zu? Naja, wir haben in Deutschland einen Mindestlohn als Arbeitnehmergrundbetrag. Das heißt, Arbeitgeber bezahlen Arbeitnehmern den Mindestlohn im Normalfall. Hier, einige Arbeitgeber bezahlen diesen ausländischen Arbeitnehmern nicht den Mindestlohn von 8,88 Euro und führten auch keine Sozialabgaben ab. So, dann sagt man, das geht doch nicht, das ist doch völlig, nee, das darf doch nicht sein. Und auch gäbe es zahlreiche unbezahlte Überstunden. Dann bin ich da gesessen und habe mir gedacht, das klingt ja wie in unserer Branche. Da gibt es ja so viele Leute, die viel weniger kriegen als 8,84 Euro und es werden auch oft keine Sozialabgaben abgeführt in gewissen Fällen. Warum nicht? Ist ja logisch, das ist ja nicht illegal, weil ja niemand selbstständig ist, dann muss er seine eigenen Sozialabgaben abführen. Der muss sich selbst versichern. So, das heißt, der Auftraggeber macht es nicht, der gibt es an den Auftragnehmer weiter und der Auftragnehmer macht es schon irgendwie. So, wenn jetzt der nicht genug Geld hat, dann kann er es natürlich noch weniger abführen, ja. Und trotzdem gibt es wahnsinnig viele unbezahlte Überstunden in gewissen Branchen. Also irgendwie habe ich mir gedacht, so cool, die schützen die ausländischen Arbeitnehmer oder wollen sie schützen? Und dann heißt es hier, betroffene Branchen sind, Baubranche, klar, Pflege, ja, kennen wir. Also es geht auch um die ganzen Fachpfleger, die irgendwelche Intensivleute oder irgendwelche Krankenpfleger, Alterspflege. Das sind alle in genau diesem Problem, ja. Die sind auch Fachleute. Sozialberufe allgemein. Dann, fleischverarbeitende Industrie, ja, ist auch so ein Thema. Und eigentlich fehlt hier jetzt noch theoretisch, wenn man jetzt davon ausgeht, wir reden jetzt nicht mehr über Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die auf Lohnsteuerkarte bezahlt werden, sondern wir reden jetzt über Selbstständige. Solo-Selbstständige. Dann müssten wir hier alle aufzählen, ja. Und müssten sagen, ja super, die könnte man eigentlich auch schützen, aber die muss man nicht schützen, weil die sind selbst für sich verantwortlich, die sind selbstständig. Also es ist ihr Bier, die müssen wir nicht schützen, das muss jeder selber machen. Ja, aber de facto bin ich sicher, dass ihr jetzt sofort wisst, wenn man da mal drüber nachdenkt und drüber raus hier ein bisschen nachrechnet an dieser Situation. Ja, da wäre ich in manchen Berufen lieber Arbeitnehmer mit ausländischem Hintergrund für eine solche Firma, weil da würde ich besser bestellt sein, da würde ich sogar Rente bekommen. Also ich habe das gehört und habe mir gedacht, wow, super, Zeit was zu ändern, ja. Vielen Dank.